Wissenschaft auf den Ohren. Dank Podcasts hat man heutzutage Zugriff auf ein breites Portfolio an Forschungsthemen in der Hosentasche. Aber wer produziert diese Medien eigentlich? Das machen zum Beispiel Profis der Wissenschaftskommunikation, wie sie im Studiengang Wissenschaft, Medien, Kommunikation am KIT ausgebildet werden. Lisa Leander betreut im Bachelorstudiengang die Übung Lehrredaktion, in der Studierende journalistische Medienbeiträge selbst konzipieren und produzieren. Im Rahmen des Moduls Theorie und Praxis der Wissenschaftskommunikation lernen die Studierenden theoretische Grundlagen und wie sie diese in die Praxis transferieren. Der Spagat zwischen Forschung und Anwendung gelingt Lisa Leander mit großem Erfolg. In Kooperation mit Lehrbeauftragten und Partnern wie dem Campus Radio Karlsruhe erstellen die Studierenden in der Übung eigene audiovisuelle Medien wie Podcasts und Videos für den Einsatz in Radio oder sozialen Medien, aber auch Zeitungsbeiträge, um mit Hashtag Viscom ein breites Publikum zu erreichen. Dabei erwerben sie neben fachlichen Kompetenzen auch Fähigkeiten im Projektmanagement. Für diese praxisorientierte und durch Eigenverantwortung geprägte Lehrveranstaltung verleiht die KIT-Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften Lisa Leander den Fakultätslehrpreis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017